Was ist das, was Gott ist? Was ist das, was Gott ist? Die Kraft, die auch zum Teil in uns, in jedem Menschen steckt, sonst könnten sie nicht existieren. Sie nützen Gott, aber stehen nicht zu ihm, standen nicht zu ihm, viele, viele stehen leider, leider noch nicht zu ihm. Und zeigt sich nicht Gott in allen Formen, überall ist er, überall. Nur finde ich das so wenig, wenn ich in die Natur, was sie Natur nennen, schaue, in Pflanzen, im Tierleben, ja, überall ist er. Diesem Erdreich, über diesem Erdreich, überall ist er. Nur was ich vermisst habe, seit hierher, solange ich auf dieser Erde bin. Und daher das Suchen, ich wollte nicht hier sein, weil zu viel Böses in die Menschenleiber stach. Und das Göttliche ganz beiseite gedrängt. Und dass der Mensch sich nur so durchschlavierte im Leben, so einigermaßen erhalten hatte, dass er nur existieren konnte. Aber es ist furchtbar viel Böses in ihm, das haben auch sie wahrgenommen, wenn sie mit einem ihrer Nächsten zusammen waren, der sie nur zu belügen dachte, also gedachte, dass er sie belogen hatte. Und immer wieder, wenn er auftaucht, sind sie unruhig, das beunruhigt sie. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie doch noch Göttliches in sich haben. Göttlich sind sie sowieso, das kann keiner abstreiten, kann keiner verleumden, im Gegenteil, auch Bruder als unwahr hinstellen, das ist nun mal so. Sie sind und bleiben göttlich. Nur tragen diese Lebewesen, diese Körper, diese als Mensch bezeichnen, Gott nicht mehr in sich. Sie sind von dem etwas abgekommen, viele ganz abgekommen. Und die anderen, die schon dem Bösen dienen, lassen sich zu und ziehen, diese Menschenleiber immer mehr an sich, indem sie sie unter den Einfluss des Bösen stellen, sie verlocken und verleiten ihn. Da, liebe Freunde, ist es doch zu dem gekommen, dass der Mensch vom göttlichen Weg abkam. Ja, und wo finde ich jetzt viel Gutes in den Menschen? In der ganzen Welt, in diesem ganzen Weltraum, auf dieser Erde, werden sie wenige Menschen finden, die wirklich gottdienlich sind, die wirklich Gott dienen, die ihre Mission, ihre Berufung erkannt und sich auch voll und ganz im Dienst der Gottes stellen. Aber das ist die Aufgabe eines jeden Menschen, das Gleiche zu tun. Nicht nur der eine, nicht nur der andere, sondern alle. So sie ihren Körper Beachtung schenken und ihren Körper das zukommen lassen, das habe ich Ihnen auch hier oft gesagt, das ist der wirklich wahre Gottesdienst. Damit dienen sie Gott. Und Gott gibt ihnen für diesen Dienst den Lohn. Sie zeugen für Gott. Sie können ihren Nächsten aufklären und sie können ihm die Wahrheit sagen, wie sie die Wahrheit erfahren haben. Und damit wird er aufhören, wird er aufforschen. Er wird auch zu glauben beginnen und wird auch dazu übergehen, sich selbst davon zu überzeugen. Raten Sie ihn immer an, soweit Sie Erfahrung gesammelt haben. Belehren Sie ihn dahingehend. Belehren können Sie nur, wie Sie die Wahrheit erfahren haben, wenn Sie sie so wiedergeben. Und er wird es fühlen und wird dann auch glauben. Und wird dann auch diesen Weg gehen. Das gibt das große Gefolge. Sie hätten schon lange folgen müssen. Vor fast 2000 Jahren hat Christus diese Lehre dem Menschen mit auf seinen Lebensweg gegeben. Wer ist ihm gefolgt? Wer hat das getan? Leider, leider gibt es auch heute Geistliche, die mit dieser seiner Lehre, mit der Christenlehre nicht fertig werden. In der nächsten Woche komme ich wieder mit Geistlichen zusammen, denen ich die Wahrheit sagen muss. Sie stellen Fragen, wie es in der Bibel geschrieben steht. Ob es Neue oder Alte Testament gleich, was es ist. Ich bin nicht belesen. Ich muss nicht lesen. Aber eines muss ich. Ich muss wissen, was Wahrheit ist. Und ich muss auch wissen, was wahr ist. Und wie das Geschriebene zu verstehen ist, was Menschen heute nicht mehr verstehen. Es ist traurig, dass die Geistlichen darüber sich nicht einig sind, nicht einig sein können, weil sie da noch nichts Wahres empfunden haben. Sie wissen auch nicht. Überall der Versuch. Und ich sage mit Recht, der Versuch ist teuflisch. Wir sollen nicht versuchen. Wir sollen uns erstmal selbst verstehen, lernen. Dann kommen wir drauf. Und dann werden wir auch Christus folgen können. Und der Mensch sucht nun mal die Wahrheit. Sie auch. Wahrheit ist ja oben sie. Aber da können Sie nichts mehr erkennen. Und beginnen Sie jetzt an sich selbst die Wahrheit zu suchen. Oder haben Sie keinen Körper? Haben Sie kein Gefühl im Körper? Und was für ein Gefühl ist das? Bitte? Ein Brennen, ein Brickeln. Ja. Aber ich muss ja gar nicht fragen. Stellen Sie die Frage an sich selbst. Das ist wichtig. Wollten Sie nicht auch alles dazu tun, dass Sie, das heißt, Ihr Körper vom Heil erfasst wird? Von dem heilt das Christus alle Menschen, die wir geben, das auch er erfahren darf? Aber dann müssen Sie alles tun, was Sie zu tun haben, um es würdig zu sein, zu anfangen. Wenn ich eine schmutzige Hand habe, wenn Sie mir etwas reines in die Hand legen, wird es auch verschmutzen. Sie werden mir das reine Tuch dann in dieser schmutzige Hand nicht geben, wenn Sie sagen, Sie haben ja eine schmutzige Hand, Sie werden es gleich beschmutzen. Da würden Sie vorsichtig sein, also muss ich meine Hand bereinigen, nicht mehr verschmutzen, wenn ich sagen würde, dieses Tuch, das rein ist, nicht verschmutzen. Ich werde immer danach trachten, dass es nicht verschmutzt wird. Aber was tun und taten Sie sonst im Leben? Das war gleich, da kann der Schmutz mit drin sein und soll das Gute dazukommen. Nein, Freunde, da ist es nicht möglich. Denn das Gute würde ja verschmutzen. Und da glauben Sie Gott, hat uns das so geboten, dass wir den Schmutz in uns behalten und das Gute dazu empfangen? Nein, erst recht nicht. Ich glaube, Freunde, es ist jetzt an der Zeit, dass Sie jetzt mal einen Augenblick zur Ruhe kommen, zur Selbstbesinnung kommen und dass Sie sich jetzt wirklich entschließen, ich muss es oft tun, sich jetzt wirklich entschließen, jetzt dem zu folgen, dem Sie alle zu folgen haben. Tun Sie es. Setzen Sie dieses gleich in die Taten. Ich werde nichts sprechen, ich werde schweigen, die Zeit. Tun Sie es. Untertitelung des ZDF, 2020